Microsoft Word, 2 Minuten Lösungen. Wie kann ich etwas aus meiner eigenen Vorlage schnell starten? Ich bin bereits im Word. Kein Problem. Ebenfalls wie bei Office Vorlagen gehe ich auf Datei, gehe ich auf Neu und die Differenz ist, ich klicke auf Persönlich. Und dann sehe ich meine Vorlagen, welche ich selber im Word erstellt habe. Jetzt klicke ich zum Beispiel auf Briefpapier mit Logo, Kaffee und ich habe ein neues frisches Dokument, frisch wie Kaffee, von einer eigenen Vorlage. Danke.